So, und dann... Also wenn jetzt keiner was dagegen hat, dann suche ich Bindeglied. Was? Ich hab auch ein Glied. Kannst du gern verbinden. Ja, nein, danke. Nö. Jo, machen wir halt Rollentausch? Jo, wollen wir mal andere Klassen spielen als sonst. Jo. Was will denn der Thomas sein? Nein. Keine Ahnung. Unter? Du kannst, wenn du willst, kannst du Medic spielen. Ja, ich kann auch. Zuschauen. Geht auch. Was, was könntest du? Zuschauen, das geht auch. Auf den Tisch hauen? Zuschauen, du Mongo! Ach, zuschauen! Oh mein Gott, ey. Auf den Tisch hauen! Das kann ich auch. Sorry, ja, aber... Hör, wieso sind da überall Striche? Was, was ist denn jetzt hier, der... Es ist malen nach Zahlen, äh, nach Buchstaben. Aha. Also, in dem Spielmodus... Ich nehme, ich nehme erst mal den Recon. Was? Also, du kannst... Du bist da ein Arsch. Wir können jetzt echt nur den DC das einnehmen. Ne, die geht doch auch. Ne, ihr könnt alle Flaggen einnehmen. Es geht darum, je mehr Flaggen man verbindet und man einnimmt, desto schneller gehen die, äh, Tickets von denen weg. Und je mehr Links man sozusagen hat, je mehr Flaggen man verbunden hat, desto schneller gehen die Tickets weg. Wenn man alle Flaggen hat, dann gehen die Tickets so schnell weg. Das ist echt krass. Oh, rechts hinter uns. Wir gehen ja mal schon zwei. Ah, ich muss mal hier kurz... Da, lass mal C angreifen. Ein Jeep ist gerade an mir vorbeigefahren. Habe ich markiert? Oh, hier sind ganz viele bei D. Au. Ein Vehikel ist kaputt. Sonst bill ich schon mal den Foss... Au, 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 au. Von hinten, ich brauche mal kurz Leben. Wo, 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 wo? An diesem Turm, da... Ja, ich gebe es schon um die Ecke. Ja, los, Riekel, mach mal was. Arbeite mal. Welchem Turm? Die? Ja, da, wo man das Wasser ablassen kann. Was, die... ... beschriebene Person, aber... ... läuft wirrwarr durch den Raum und weiß nicht, wo wir sie hin sollen. Bin hier gerade auf der Flagge. Ich habe das Gefühl, äh... ... diese besagte Person ist verschwunden. Hrm. Einfach so! Links oben, ganz oberstes... Nicht oberstes, aber... So, da ist ein Schmutz. In den Parkhaushalt. Was haben wir denn hier drin? Wow! Holy shit, von wo? Wow! Ein D wieder. Oh, lol. Die haben wir eingenommen. Direkter Treffer. Ja, Hauptsache wir halten jetzt hier so diese Flaggen. Dann geht das eigentlich... Relativ schnell mit den Tickets. Fährt Achim gerade oder Thomas? Nee. Achim fährt das Teil. Ja, der gammelt da rum. Wie soll ich das wieder schnell machen? E wird eingenommen. Und links kommt auch ein Panzer. Äh, Panzer sag ich schon. Jeep. What the fuck. Das war witzig. Ja. Pazzer zerstört. Hat eine scheiß keine Artig erreicht von dem Panzer hier. Von dem kleinen Mistvieh. Lass uns mal zu B huschen. Leider zu F. I'm on that way. Ah, C. Achim, bei dir. Die wird gerade eingenommen. Da ist schon wieder ein Jeep an mir vorbeigefahren. Jeep auf C. Ich hab zwar zwei Dinger abgeknallt. Kann doch nicht sein. Anscheinend ja wohl doch. Hier ist einer direkt auf der Flagge. Bei B. Nein, die ist gone. Keiner. Nein. Wow. Ich brauch Ammo. Dankeschön. Keine Ahnung. Das war nicht ungefähr. Das ist zwar nicht Ammo, aber... Tut's auch. Da oben ist einer. Sind zwei. Wollen wir da hin oder wollen wir zu C? Die nehmen wir hinten alles an. D und C. Na, dann los zu D. Wir haben null Verwendung. Wir haben hier nur Kulik. Oh, holy shit. Hier ist einer bei B an der Treppe. Loll. Oh, du bin hier in fulle Namen. Hab Wien, ich bin tot. Ah, da oben bei dem Sunken Dragon, da bei dem Restaurant. Ah, die. Um können wir da schlecht wegholen. Es ist weg. Und dann spawne ich jetzt bei Thomas. Bär doch mal mit du. Bei D sind auf jeden Fall noch welche drauf. Ich komme aber mit zur Flagge erst. Wäre besser. Mhm. Okay, woher jetzt? F. Okay, F. C wieder auch eingenommen. Dann können wir zu G laufen. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh, lol. Da war ja einer. Ja, toll, Dennis. Hast du ihn getötet? Oh nein. Dieser Mode-Witz, ne? Hm. Jetzt hat er das falsche Kit. Vollidiot, ey. Oh. Oh. Weißen Sniper hinter dir hier. Ja, hab ich. Oh. Jetzt bin ich auch tot, ne? Schu-we-du-we-du-we-du. Jetzt, äh. Ich muss erst wieder Flaggen holen. Was brauchen wir bei... Am besten erst mal bei B und holen C. Ist markiert, an der Flagge direkt zwei Stück. Wie wär's denn mit B? Ja. Natürlich. Die Flagge geh ich. Ab. Äh, woher ist das? Gehen? Gehen? Und C ist einer. Jetzt können wir wieder D holen. Ich bin gerade bei Gustav. Oh, links ist alle was von mir. Oh, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh, auf einmal knallt hier so eine Tür. Wind. C ist einer. Der ist in diesem Raum drin. Habe ihn. Und zurück. Da sind aber auch einige. Habe ich markiert. ABC. One, two, three. Ja. Oh, Medicate. Oh mein Gott. Ich bin gefickt. Oh, Granate. Null. Okay, um die Ecke warten ein paar. Ah, habe ich nicht mehr geschafft. Schade, schade. Da waren auf jeden Fall einige. Haben wir uns schon gut geschlagen. B wurde eingenommen, also ich spawne bei C. Alter, wieso spawne denn die ganzen Jeeps so häufig? Weil es halt ein schnelles Spiel ist. Wieder einer auf C in Jeep. Und eine Menge Leute auf C. Da sind echt mega viele. Also so richtig mega viele. So richtig, Junge. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Geh mir auf den Weg, du Pionier. Gut, von links kommen auch welche. Und jetzt brauchen wir aber nur noch C, dann schmelzen die Tickets, aber wir haben sowieso gewonnen. Ja, nice. Ja, nice. Ach so. Ja, nice. Obwohl, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Achim, äh, Ammo-Typ spielt. Nö. Okay. Heute level ich den Pionier. Dann kann ich ja auch den Ammo-Typ nehmen. Nö. Warum? Heute spielst du Sanitäter. Hä? Sonst spiel ich doch immer Sanitäter. Das ist doch Thomas jetzt. Also, äh. Aber Thomas sagt nein. Ja, dann. Ordentlich gehört. Was soll ich machen, Mama? Ja, ich meine, du bist ja Gott. Ja. Kann man nichts gegen sagen, wenn der sagt, ist nicht. Ich glaube, du spielst das jetzt. Oh, Junge. Ich spiel doch Ammo-Typ. Ja. Okay, Gott. Hast du das gerade in Frage gestellt? Nein. Ich habe nur nochmal nachgefragt und mich versichert. Du sagst elendig. Jedes Mal. Okay. A, B, C, 1, 2, 3, baby, you and me, go. Jetzt habt ihr mir einen Ohrwurm verpasst. Was hast du verpasst? Ihr habt mir einen Ohrwurm verpasst. Er hat den Knall verpasst. Ach, Schuss nicht gehört. Was für ein Knall. Den Urknall. Eben. Das ist gar keine Ahnung. Okay. Let's do this. Niii, niii, niii. Niii, niii, niii. Ich geh zum G-Punkt. Gott, war der wieder ein Kuh. Ja, hier rechts die Treppe hoch. Drum hast du schon vorbeugelaufen. Du hast so spät saßt. Daher nicht für. Wo ist die Treppe? Oh, nee, bleib unten. Hier kommt man nicht drüber. Oh, dann ist er wieder mit seinen dummen Ideen nie funktionieren. Meint er, die Ahnung, ne? Hat er nicht. Von hier geht's mega ab, jung. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber okay. Okay. Bin ich denn? Wie komme ich hier hoch? Wieso E? Hat er mich da weggesnackt? Weil man rannt nicht von x-beliebiger Flagge zu x-beliebiger Flagge, sondern man muss das ja schon ordentlich verlinken. Ich defle gerade E. Oh, da sind ganz viele Leute oben. Mit E meinst du D, oder was? Ne, E. E wie E, Emil. Da war Dennis bei mir, oder was? Er ist einfach weggelaufen, obwohl er ganz viele Leute war. Na, bin tot. Schade. Mach deinen Job! Wieso das denn? Du lässt mich ja mal alleine. Ich bin doch immer noch bei dir. Piss, aber. Kommt man denn hier hoch? Das habe ich mich auch gerade gefahren. Den ist, mich anschnurzen zu müssen. Du darfst nicht zu jeder x-beliebigen Flagge laufen. Spasselacken. Spassel, Alter. Du Spasselacken, Alter. Ja. Ich lauf rüber. Nein! Nein! Ja, Noob. Er ist so ein Noob, ne? What the shit? So breit ist das Ding und er fällt da runter. Zeig dir mal, wie man das macht. Ach, jetzt haben wir uns hier gegenseitig getötet. Der ist so ein Noob, ja. Oh, ich bin tot. Da kam der von hinten, da konnte ich nicht machen. Der holt mich aber hier wohl. Nice. Wo seid ihr gerade? Bei D. Danni! Alter, ich bin doch mega geleckt. Wie, Team Beschuss. Hä? What? Team Beschuss. Aber ohne Name, nichts. Dass ich selber getötet bin. Richtig sinnfrei. Ich habe gar nichts gemacht, um mich selbst töten zu können. Das wäre ja mal lustig. Das ist der Grund, warum Hardline noch nicht kommt. Nee, ich glaube mein... Das ist der Grund, warum ich mich nicht kaufen werde. Ich glaube, am Netcode wird ja trotzdem nicht so viel gemacht. Das ist ja fast der gleiche wie Altifield 4. Ja, eben. Das ist genau der Berg, ja. Verpackt. Mhm. Deswegen kommt er nicht raus, weil es ist entbangen. Oh, shit. Na und jetzt? Jetzt sagt er auf einmal nichts mehr. Ja, nee, ich meine, das ist selbst... Selbst obwohl die mehr Zeit haben, wird das glaube ich trotzdem nicht so klappen. Wie ich meine. Ja, ich will den Counter-Strike ja auch machen, das ist doch ganz klar. Das wird sein. Ja, ist doch so. Du hast doch selber gesehen beim Tuck'n da. Mhm. Hilfe, I'm under fire. Ja, wo? Auf dem Dach. Ich weiß ja nicht mal, wo wir hin müssen. Ich bin jetzt gerade bei G. Ja, ist ja schön. Und dann kommen wir auch zu F. Gottlieb, dann kriegst du ja nicht hin. Deine Aufgaben zu erfüllen. Wieder auch schon eingenommen. Schaffst du nicht mehr. Ja, dann. C wird angegriffen. C auch. Ja. Hopp, die fette quillt. What? Die what? Loah, ey. Hopp, die fette quillt. Einem Schuss, ey. Könntest du hier nicht? Nee. Oh, Mann. Also ich muss schon sagen, Ian aus einer Ruhigkeit ist eine echte Hinterwälder, wa? Ja, so ein bisschen. Weiß wieder nicht, wo es hier hoch geht. Da, wo die Treppe nach unten führt. F wird gerade auch reingenommen. Wo ist das denn? Wer ist Thomas, ist bei F. Sag den Wegweiser. Oder Kloppy. Der weiß alles. Wer ist Kloppy? Du bist Kloppy. Warum heiße ich Kloppy? Du bist ganz. What? Dann geht's hoch. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, dann. Scheiße. Boah, das ist mega verwirrend, ne? Die Map ist auch irgendwie kacke. Richtig geil. Und das ist so scharri. Ach, keine Ahnung habt ihr. Die meisten, mit denen ich spreche, sagen, das ist eine kacke. Alles Hinterwäldler. Ach so, die leben alle noch in der Brücke, ja. Außer der Extreme New Fighter sah, ne? Der nicht. Der ist voll cool. Ich lasse das mal unkommentiert. Weil's dein Freund ist. Ah, beste Buddies und so. Oh, Mann. Ihr Arschfick-Freunde. Oh, Mann. Uh. Ah. Ah, das sind noch welche. Hume Ecke. Einer steht oben weiter. Bin tot. Oh, Gott. So viele. Bin nicht mehr zurück hingekommen. Können wir mal versuchen, das da einzunehmen. Alter. Loll. Wieder bestes Aim. Gespawnt und tot. Gespawnt. Ja, das hab ich gesagt. Das ist voll der Spawnkeller, ey. Warum redest du mich nach? Weil deine Worte sowieso immer Gold sind und dann kann ich mir auch was... Nein. ...von abzapfen. Nicht. Ne, so funktioniert das nicht. Hast du immer mal Direct Trademark und Patent auf deine Worte? Wo zur Hölle bin ich gespawnt hier? What the fuck? Wie komm ich hier weg? Danke schön. Lebe, Homo. Lebe, Homo. Was seid ihr denn jetzt schon wieder? Go, 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 go. Na ja. Das war ganz woanders. Ich muss mich zu D wiederholen. Wow, ich bin tot. Was, wie hat der mich denn getötet? In der Kampfdrohne vielleicht. Na ja, das steht mit der Waffe. Hat er mich getötet. Hey. Oh, rechts ist einer. Und auf dem Dach auch da oben. Das ist nice noch. Mhm. Brauchte mal Medi-Kit. Ich bin tot. Wie soll ich denn das machen? Bornen und hinschmeißen. Ganz einfache Geschichte. Ganz einfach. Augen lang. Hinter dir. Oh ja, sowieso. Schade. Alter, ist alles aber auch tot. Wow, Alter. Ich wollte die gerade flanken und er kommt noch ein Blöderperl. Dreh mir wieder. Echt nicht. Nice. Nieze. Ja, ich hab hier Trophäe. Zwei Runden Channing gewonnen. Weiß ich nicht. Wiederholt Verbindung. Jo. So ist sie. So hab ich sie. Kurz AFK. Mh, 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 mh. Lass sie da telefonieren. Locker. Mit deiner Mama. Ja. Die erwartet deinen Anruf sehnsüchtig. Ansruf. 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 Die gehen alle raus. Haben alle Angst vor Blammo. Ein Link. Bulldog. Hast du dich schon freigeschaltet? Nein. Bin dabei. Das kannst du ja nur im Spiel machen. Geziel kannst du ja nicht machen. Kommt ja nur zufällig. Mhm. Mhm.